Zitat, 78 Prozent der Funk-Zielgruppe haben bereits Funk-Inhalte auf Plattformen wie TikTok, YouTube, Instagram und Spotify genutzt. Damit liegt die Nutzung 6 Prozentpunkte über den Zahlen des Vorjahres. Zitat Ende. Das sind neueste Ergebnisse der Medienforschung, über die ich mich jetzt unterhalten möchte. Mit den Funk-Verantwortlichen von ARD und ZDF zugeschaltet, Christine Blum und Philipp Schild. Das sind ja quantitative Zahlen aus der neuesten Funk-Bekanntheitsstudie. Über Zuwachs an Masse freut man sich natürlich überall. Aber worauf seid ihr acht Jahre nach Programmstart am 1. Oktober 2016 vorrangig stolz? Ist es der Grad des Zuwachses? Stolz ist auch ein ganz schwieriges Wort. Aber ich glaube, was am ehesten dahin kommt, ist, glaube ich, dass wir Angebote machen, die unsere Zielgruppe annimmt letzten Endes. Unser Auftrag ist ja schon ein qualitativ hochwertiges und auch vielfältiges Angebot für eine Zielgruppe zu machen, die eben 14 bis 29 ist. Und letzten Endes stecken wir da alle unsere Liebe und Sorgfalt und unser Wissen rein. Und am Ende ist natürlich so eine Metrik, wie wird es dann angenommen, für uns total wichtig, weil es eine Bestätigung dafür ist, dass wir durchdringen, weil wir in einem Markt agieren, der wirklich einfach auch sehr viele Konkurrenzangebote ein Klick weiter hat. Und das bedeutet schon, dass man, glaube ich, so einem Zuwachs was beimessen darf und sagen kann, dass es auch ein Erfolg ist. Und insbesondere in so einer Phase, wo wir so viele neue Zielgruppen erschlossen haben, jüngere Zielgruppen in dem Fall, ist das für uns natürlich wirklich ein wichtiges Indiz, dass wir das gut gemacht haben. Das ist gleich noch ein Stichwort, bevor Christine vielleicht antwortet. Ihr habt ja anders als die Erwachsenenprogramme tatsächlich das Problem, dass euer Publikum aus der von der Medienpolitik definierten Altersgrenze von 14 bis 29 herauswächst. Wie löst ihr denn diese Herausforderung tatsächlich, dass ihr wartet, dass das Publikum sich verjüngt? Genau, wir sitzen einfach hier und warten, bis das Publikum rausgewachsen ist und dann gehen wir raus und suchen einfach die neuen. Nein, natürlich ist das eine riesige Herausforderung für uns und wir finden aber auch diesen Auftrag, glaube ich, deshalb einfach so spannend, wirklich bei 14 bis 29 auch zu bleiben und deshalb zu gucken, was für neue Formate müssen wir da entwickeln? Welche Herausforderungen haben wir da an der Stelle? Wirklich auch die Lebensrealität von den Leuten immer wieder neu abzubilden. Das sind mittlerweile auch wirklich richtige Generationen, die da rausgewachsen sind und wiederum neue Generationen, also Generation Alpha wächst gerade bei uns rein. Und auf der anderen Seite ist aber auch spannend für uns, wie können wir auch Formate, die wir schon lange haben, auch weiterentwickeln, dass sie noch in dieser Zielgruppe einfach bleiben und da auch einfach die Lebensrealität von den Leuten wiederum spiegeln. Aber ich habe irgendwo gelesen, man wird ja schlagartig nicht, wenn man 30 wird, 70. Warum nehmt ihr das denn so eng mit diesem Alterskorridor? Ja, ich kann das irgendwie gut verstehen, weil das echt, glaube ich, in der Logik unserer Zielgruppen ein komischer Bruch ist. Wenn du 29 bist und kriegst noch ein Angebot und du liebst es. Und wir haben ja wirklich auch viele Angebote beendet, die Millionen Abonnenten hatten. Oder wahnsinnig hohe Reichweiten. Und wenn man dann die Argumentation hört, naja, wir müssten das beenden, weil ihr seid jetzt zu alt. Das ist schon seltsam. Ich verstehe das. Aber aus der Logik, die wir haben, aus unserer intrinsischen Motivation und Perspektive, aus unserem Auftrag, der uns gegeben ist heraus, ist das total folgerichtig. Weil letzten Endes wäre es ja auch total unfair. Wir haben ein relativ stabiles Budget. Das heißt, wir müssen uns wirklich gut überlegen, was wir mit diesen so roundabout 45 Millionen Euro, die wir haben, machen. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, wir haben ja schon Erfolge programmiert und die funktionieren auch gut und dann lassen wir die einfach weiterlaufen und das Geld geht da rein. Aber wir messen gleichzeitig, dass der Altersdurchschnitt in diesen Formaten nach acht Jahren einfach jenseits der 29 liegt weit. Dann wäre das schon irgendwie echt erstens mal nicht auftragsgemäß und zweitens mal auch total ungerecht, weil wir Geld, was eigentlich für eine jüngere Zielgruppe bereitstehen müsste, dann für andere Zwecke verwenden würden, nämlich für ältere Zielgruppen. Und ich bin schon der Meinung, dass wir auch in der medialen Repräsentation von jungen Menschen in Deutschland echt ein Problem haben, weil wir nicht gleichmäßig das Geld entlang den Bevölkerungsanteilen verteilt haben in den Medienangeboten. Und das misst man ja auch in unterschiedlichen Studien, dass die sagen, wir als junge Menschen, wir haben nicht das Gefühl, dass wir medial so stark repräsentiert sind wie andere Zielgruppen. Und deswegen ist das schon eine Entscheidung, die irgendwie auch echt wehtut, weil wir da viel Hass auch manchmal abkriegen dann aus den Zielgruppen, die wir sozusagen aufgeben müssen. Auf der anderen Seite aber auch finde ich total fair und wichtig, dass wir es schaffen und machen und ja, also konsequent. Ja, zum Glück sind ja die Macherinnen und Macher, die bei euch zu alt werden als Präsentatoren, als Kreatoren, wie zum Beispiel Dennis und Benni Wolter, die jetzt mit Worldwide Wohnzimmer raus sind. Und wir tun euch lieben. Hattet ihr auf. Hattet ihr auf. Puh, war schon ein bisschen kitschig, oder? Du, ich fand's total angemessen. Immerhin geht ein kompletter Lebensabschnitt für uns beide zu Ende, ne? Musst ihr bedenken. Du hast recht. Wir kamen als Kinder und gehen als Kult. Oder Maiti Nuenkim, die haben ja dann auf anderen Plattformen Gelegenheit, das, was sie bei Funk an Reichweite bekommen haben oder an Beliebtheit oder an Popularität, wie auch immer, dann woanders fortzuführen. Aber ihr müsst da eigentlich ständig am Casten sein, obwohl ich euer letzter großer Spektorklärer-Neuzugang, nämlich der Parabelritter, für mich jetzt auch nicht aussieht, als wäre er noch im Zielkorridor, oder? Soll ich? Naja, kann ich erstarten nicht. Also, nee, also erstmal vielleicht so den ersten Teil deiner Frage. Für uns ist es natürlich immer total schön, wenn die Leute Perspektiven bekommen. Also das muss man einfach so sagen, bei Dennis und Benni zum Beispiel, die waren sieben Jahre Teil unseres Netzwerks. Und echt, also eine richtig tolle Zusammenarbeit. Und aus unserer, aus meiner Brille, sage ich jetzt auch mal vielleicht so, mein Wunsch wäre schon, dass wir natürlich es schaffen, solchen Leuten in der Zukunft auch eine Perspektive innerhalb der öffentlich-rechtlichen Systeme anbieten zu können. Und daran arbeiten wir auch, dass wir vielleicht diese Übergabepunkte geschickter gestalten können. Und da vielleicht auch mehr Energie nochmal reinlegen müssen, dass wir das besser hinkriegen. Aber in dem Fall haben wir es halt nicht hingekriegt. An anderen Stellen haben wir es halt gut hingekriegt. Genau, mit Mai beispielsweise, wo die Übergabe, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir haben auch andere Stellen, wo wir das sehr gut, finde ich, bisher hinbekommen haben. Also auch um Köpfe wie Mirko Trotschmann, der auch bei Terra X dann auch auftaucht und zwar auch immer noch einer unserer wichtigsten Köpfe ist. Aber wo man auch merkt, dass der jetzt auch an anderen Stellen wichtig wird und dafür auch andere Publika ihn dann einfach auch kennenlernen. Und ich glaube, das ist wirklich die Mischung und die Planung, wie wir solche Übergabepunkte einfach hinbekommen. Und wir merken einfach, dass das extrem wichtig ist. Und dahingehend wieder zurück zu deiner ersten Frage. Wir haben ein begrenztes Budget und das ist nun mal auf diese Altersgruppe beschränkt, weshalb wir sehr, sehr dezidiert immer am Gucken sind, wo sind Übergabepunkte, die Sinn machen, um es dann wiederum in die verschiedenen Anstalten dann auch wiederum weiterzugeben. Und ich finde schon, dass es uns in diesen acht Jahren sehr häufig geglückt ist. Ich wäre, glaube ich, noch glücklicher, wenn wir zum Zehnjährigen von Funk sprechen. Und es wäre noch mal viel mehr geworden, was wir auch wirklich übergeben konnten und nicht beenden mussten. Aber nochmal zu dem Problem des Carstens. Kann man sich da bei euch bewerben? Geht ihr da durch Schulen oder wie läuft sowas? Ja, man kann sich bei uns bewerben, zum Beispiel auf funk.net slash Format-Idee. Aber was der wahrscheinliche Weg ist, dass wir die Leute finden, ehrlich gesagt. Also wir sind da ziemlich gut inzwischen drin geworden, Menschen zu finden, die echt Potenziale haben. Und jetzt gerade zum Beispiel auch in einer sehr jungen Zielgruppe was zu reißen. Und da gibt es richtig tolle Beispiele. Also ich, keine Ahnung, Smü-Partisch hat einen Grimme-Preis gewonnen, hat, finde ich, wirklich eine tolle Show gemacht. Und man merkt richtig... Und das mit 26? Ja, und man merkt auch, dass sie die ganz jungen Zielgruppen einfach auch nochmal anders versteht, als viele, die jetzt rausgefallen sind vielleicht aus unserem Netzwerk. Politik und Gesellschaft sind ein labiles Konstrukt. Und um das zu greifen, reicht es eben nicht nur, darüber zu reden. Es reicht nicht, sich jede Woche darüber zu beschweren, dass nichts in diesem gottverdammten Land funktioniert und alles peinlich ist. Nein, um wirklich zu greifen, was in diesem Land auch kulturell schief läuft, muss ich anfangen, auf Menschen aus Politik, Film, Fernsehen und Internet zuzugehen. Aber nicht zu nah. Und da ist halt ein Generationenbruch, sozusagen Generationenwechsel innerhalb unseres beauftragten Zielpublikums jetzt, der sich daran abbildet. Oder guck mal, die Woche ist gestartet, Tatsache. Die Woche, nee, ich glaube letzte Woche. Tatsache, ein YouTube-Kanal von wirklich zwei unter 20-Jährigen. Der wirklich, das ist der Hammer. Also das sind wirklich tolle Video-Assists, die die machen mit einem riesigen Value, glaube ich, für diese Zielgruppen. Und da merkt man schon, dass da was ganz Neues nachwächst. Und wir haben uns auch schon immer irgendwie vorgenommen, dass wir ein Stück weit auch so ein bisschen Talente finden, Innovationen vielleicht ein bisschen befördern. Und ich hoffe, das lösen wir damit ein. Und ich habe auch den Teil mit Alex nicht vergessen. Also der Parabelritter ist jünger, als er aussieht. Sorry, Alex, aber ich glaube, er wird lächeln. Nee, aber vielleicht nochmal an der Stelle auch. Wir haben sehr früh schon angefangen, bei Funk eigentlich ein Talentnetzwerk aufzubauen. Und sind im Moment auch eher am gucken, wie man dieses Talentnetzwerk weiter aufbauen kann und weiterentwickeln kann, gerade in Richtung junger Journalismus. Weil das einfach ein richtig großes Thema ist. Und wir da denken, dass wir da noch viel mehr in die Förderung reingehen sollen. Also jetzt Aufruf sozusagen an alle, die zuhören. Und wir sind gerade wirklich massiv am gucken, wie können wir junge journalistische Talente auch einfach fördern. Weil wir anfangs sehr stark auf bestimmte Themengebiete gegangen sind. Und jetzt wiederum merken, dass uns, glaube ich, diese Richtung einfach sehr gut tut. Und wir sind auf der einen Seite ganz viel im Scouten. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch darauf angewiesen, dass sich auch Leute immer wieder auch bei uns melden. Und wir darüber dann einfach aufmerksam werden. Das sind die äußeren Rahmenbedingungen, die noch nichts was zu tun haben mit der Qualität eurer Angebote. Da gibt es zumindest in der achtjährigen Geschichte den einen oder anderen Rückschlag, will ich mal sagen. Also der letzte große vor der Sommerpause, Stichwort Rezo battelt sich mit STRG-F. Diese Kritik war hart. Hier hat STRG-F ihre Zuschauer klar belogen. Offensichtliches Framing, nichts daran ist journalistisch. Rezo hat auf einen Film von STRG-F reagiert und auch generell unsere Arbeitsweise infrage gestellt. Nach seiner Veröffentlichung gab es viel Unmut in unseren Kommentaren. Wie geht ihr denn mit solchen dann von auch außen angeschobenen Kritiken um? Also ich glaube, wir gucken uns wirklich immer genau an, was da an Kritik angekommen ist. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, eine gute Lernkultur zu haben und so Kritik auch anzunehmen, dann werden wir auch immer besser. Und ich glaube, ich habe ja auch vorhin gesagt, wir suchen junge Talente. Und die Menschen, die bei uns arbeiten, lernen ja auch Dinge mit uns. Und wir lernen im Übrigen auch. Also wir haben in den acht Jahren auch echt viel gelernt und auch viele Fehler gemacht. Und ich bin immer dafür, dass wir die Fehler machen dürfen. Ich glaube im Übrigen auch, dass wir bei dem Output, den wir haben, die Fehlerquote echt super ist, ehrlich gesagt. Und ich finde es dann aber wichtig, dass wir mit den Fehlern offen umgehen. Und dass wir uns eingestehen und dass wir dann auch mal, ich sage jetzt mal, halt auch so mutig sind zu sagen, okay, ganz ehrlich, wir müssen halt hier mal eine Pause machen und das wirklich mal richtig reflektieren, aufarbeiten und uns angucken, was wir besser machen müssen. Und alle, ich sage jetzt mal so, alle solche Fehler, die uns unterlaufen sind und die dann auch diskutiert wurden und übrigens auch einige, die uns unterlaufen wurden und gar nicht so groß diskutiert wurden, führen bei uns zu Veränderungen in der Regel. Und ich finde, das ist das, wo ich wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, da tun sich dann Sachen und verbessern sich Sachen. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel kurz erläutern, dass man das mal so plastisch nachvollziehen kann? Denn es gibt ja auch Medienwissenschaftler, die sich mit euch beschäftigen. Dann auch für mich völlig unbekannte YouTuber, die sich mit euch auseinandersetzen und sagen, ist Funk, so wie es aktuell ist, eigentlich gescheitert? Für diese Annahme gibt es nämlich einiges an Indizien. Und das auch einem Massenpublikum wieder auf YouTube streuen. Also das ist ja etwas anderes, als wenn man nur sendet, sondern das sind ja Reactions auf Reactions dann wieder. Ja, wahnsinnig spannendes Phänomen tatsächlich. Und für uns natürlich auch schon eine Herausforderung, uns immer wieder zu erklären. Da war ja zum Beispiel jetzt neulich auch gerade diese Kritik, ist Funk am Ende, weil wir sozusagen die Sachen raussortieren, die zu alt werden. Und da war auch dann das Fazit bei vielen, ja, war es. Dann gab es aber auch wieder Reactions, die das vielleicht ein bisschen besser eingeordnet haben. Und gesagt haben, nee, wartet mal, da ist schon auch irgendwie eine Logik hinter so. Ich finde das total spannend zu beobachten. Und daran sieht man auch im Grunde genommen, dass Menschen, also dass wir in unseren Zielgruppen wirklich den Leuten auch zutrauen können, dass sie Dinge verstehen, dass sie Fehler erkennen, dass wir uns damit auch auseinandersetzen müssen. Und das machen wir. Also es gibt so kleine Beispiele, wie zum Beispiel, kann man auch noch nachgucken, bei Was kostet die Welt, haben wir ein Video gemacht, was ziemlich schnell kritisiert wurde über das Milliarden-Business der Kirche in der Community-Spalte. Und darauf hat die Redaktion sofort reagiert und hat das überarbeitet und hat das überarbeitet mit einem Transparenz-Inweis neu hochgeladen. Kleiner Disclaimer vorab, dieses Video ist ein Re-Upload. Wir haben unser Kirchenvideo schon mal veröffentlicht, da sind uns aber ein paar kleine Fehler unterlaufen. Wir haben uns zum Beispiel einmal bei der Kirchensteuer verrechnet oder der Kirche Unternehmen zugeordnet, die ja gar nicht gehören. Deshalb haben wir das Video korrigiert und nochmal neu aufgenommen. Ich finde, das sind halt auch Mechanismen, an denen irgendwie junger Journalismus schon auch wachsen kann, letzten Endes. Diese Interaktion, dieses so, wir haben eine ganze Community, die da mit drauf guckt und der das ja im Übrigen auch wichtig ist, dass Journalismus gut ist. Das ist ja das, was du auf der Haben-Seite hast. Also, das ist ja echt, es wäre ja viel schlimmer, wenn die Leute sagen würden, ja, ist mir doch scheißegal. Dann haben die halt Fehler gemacht, es ist mir sowieso wurscht, weil ich gucke mir eh gerade, wie Journalismus ist. Und ich finde, das ist auch das, was auf Steuerung F in der Haben-Seite ist. Da haben wir, und jetzt kann ich mal, weil du gefragt hast, was ist denn konkret da zu sehen sozusagen, jetzt kann ich mal sagen, was haben wir denn gemacht? Wir haben bei Steuerung F festgestellt, dass sorgfältiger Journalismus einfach mehr Zeit braucht. Das war, da war ein Stück weit auch eine Überforderung da. Das heißt, wir haben den Output auf zwei Drittel reduziert. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Maßnahme. Wir haben, da gibt es eine neue Rolle, die sozusagen aus so einer, wie haben die es nochmal intern genannt, der Zerstörer. Also wirklich nochmal eine extra Schleife sozusagen, wo nochmal Fakten gecheckt werden, wo nochmal eine andere Perspektive eingenommen wird. Und ich glaube, das führt zu wirklich guten Produkten, wenn man sich mal anguckt, was die in der letzten Zeit wieder gerade produziert haben, wo man einfach sieht, die haben noch, die sind eine Instanz für jungen Journalismus, nach wie vor. Und das ist mir total wichtig. Oder wenn wir hier in der Zentrale mal gucken, was haben wir festgestellt, vielleicht aufgrund von Fehlern, die wir gemacht haben. Wir haben eine CVD-Rolle geschaffen nochmal extra, die besonders komplexe Inhalte nochmal abnehmen kann in der zusätzlichen Abnahmeschleife. Wir haben journalistische Basis-Seminare, also so Auffrischungs-Seminare, würde ich das nennen, angefangen zu geben, wo, glaube ich, inzwischen über 800 Leute durch sind, tatsächlich in unserem Netzwerk und den Peers. Und das sind schon, glaube ich, Sachen, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so, dass wir die vielleicht einfach angeschoben hätten, wenn wir nicht vorher auch mal einen Impuls gehabt haben, zu sagen, ja doch, da müssen wir wirklich nochmal besser werden. Und das, also das ist das, worauf ich wirklich, da bin ich vielleicht sogar am nächsten noch stolz auf, dass wir halt, dass wir das schaffen, das auszuhalten, drauf zu gucken und zu gucken, was machen wir denn, was können wir denn wirklich besser machen. OBS-Studie auch, da war ja ein Kritikpunkt, wir haben zu wenig ostdeutsche Kultur und Perspektiven. Jetzt hast du mit Alexander Prinz geredet, einem der ostdeutschen größten YouTuber. Also wir reagieren schon, wenn wir glauben, dass Kritik gerechtfertigt ist. Aber vielleicht sagt mir mal was ganz kurz zu den zwei Haupteinwänden, die mir so immer entgegenleuchten. Einmal eine politische Schlagseite, also mehr in das linke Spektrum hinein und bei, ich sag mal, etwas sexuellen Themen, dass ihr da sehr, sehr, sehr offen seid und mitunter den einen oder anderen verstört. Ich glaube, wir gehen ganz stark datenorientiert mit solchen Sachen einfach um. Also wir gucken uns beispielsweise jetzt zu dem letzten Punkt, den du eben gesagt hast, da musst du mir aber gleich nochmal, glaube ich, mit einer Zahl aushelfen. Haben wir uns beispielsweise angesetzt? Wie groß, also wir haben im Moment nach acht Jahren beispielsweise auf YouTube 32.000 Videos so. Und dann gucken wir uns schon nochmal an, wie viel ist wirklich der Anteil, der sich jetzt mit solchen Bereichen auseinandersetzt? Und wie ist vielleicht auch an einer bestimmten Stelle eine Wahrnehmung gesteuert, weil Leute dann einfach nur ein Format sehen und nicht sehen, dass wir, wir hatten zwischenzeitlich fast 80 Formate gehabt, also mittlerweile auch nicht mehr ganz so viele. Aber das ist natürlich auch sehr stark gesteuert dadurch, dass wir nicht ein linearer Kanal sind, sondern du dann auch einfach vielleicht die zwei oder drei Formate rauspickst, dass du sagst, die sind nur so. Und dann hast du nur das gesehen. Wir bilden ja ein sehr großes, vielfältiges Spektrum ab, indem wir ein komplettes Portfolio haben. Und da gucken wir dann schon genau drauf, gleicht sich dieses Portfolio overall aus? Und da ist es beispielsweise, ich glaube, bei diesen Themen, was Aufklärung, was ja aber auch echt ein wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, in unserer Zielgruppe ist, war das, der Anteil ist überhaupt nicht so groß. Also ich glaube, das kam am Ende auf so zwei oder drei Prozent von allen Videos von uns raus, wo du dann wiederum denkst, so viel Gewicht wie das in der Wahrnehmung und auch in der Wiederholung dieses Narrativs hat, das stimmt eigentlich nicht. Ich finde trotzdem eine Sache wichtig. Ich finde die Fragen gerechtfertigt. Also und ich finde, wir können uns das angucken. Und es gibt jetzt auch immer mehr Methoden, wie man sich solche Dinge angucken kann. Und wir haben hier vor zwei Jahren schon ein Projekt gestartet, wo wir Themen clustern und dann gucken können, wie gewichten wir denn im gesamten Portfolio in dieser absolut unüberschaubaren Größe, wie gewichten wir denn die einzelnen Themen und die Cluster? Und das ist, glaube ich, wirklich für uns richtig wichtig in der Zukunft auch und wird vielleicht uns auch wirklich in eine Situation bringen, wo wir einfach viel besser auch darüber argumentieren können, was bei uns drin ist, was die Zielgruppen brauchen. Und ich glaube, mein Eindruck nach allem, was wir hier tun, ist, dass wir da ziemlich gut sind, ehrlich gesagt, dass wir die für unsere Zielgruppen wichtigen Themen schon in einer angemessenen Ausdehnung drin haben. Und über politische Schlagseiten. Ich meine, das ist journalistisches Handwerk. Letzten Endes achten wir sehr darauf, dass wir da nicht in irgendeine Tendenz kommen. Und ich glaube, auch da sind wir besser, als es manchmal uns nachgesagt wird. Aber ich habe das jetzt so verstanden nach acht Jahren Funk. Die Reibung ist euch nicht unangenehm mit dem Publikum und die Kritik versucht ja produktiv zu machen. Aber vielleicht so die zwei wichtigsten Learnings aus dieser Zeit. Einmal Christine, einmal Philipp. Also mein wichtigstes Learning und ich glaube, das hast du jetzt auch so ein bisschen oder das durften auch deine Zuhörer und Zuhörerinnen raushören. Funk ist einfach niemals fertig. Es ist sozusagen das Essentiellste unserer DNA, dass wir in einem dauerhaften Veränderungs- und auch Austauschprozess einfach sind. Und das ist, glaube ich, mein wichtigstes Ding nach acht Jahren. Ich würde die Reibung sogar noch nach innen bringen. Also ich finde, das ist mein wichtigstes Learning. Reibung nach außen ist auch wichtig und auch reflektiert zu werden von außen ist wichtig. Aber auch innen diese Reibung zu haben ist unheimlich wichtig. Für ein Angebot, was sich in einem so schnellen, volatilen Markt bewegt, ist es zum Beispiel extrem wichtig, dass Christine und ich uns reiben lassen von unserem Team. Weil wir sind halt hier nun mal... Wir sind auch echt alt. Ja, ich würde das irgendwie geiler umschreiben, aber zumindest auf mich trifft das eindeutig zu. Und wir sind hier in einer Kultur, die wir prägen durften, mitprägen durften, in der die Leute sich an uns reiben. Und ganz ehrlich, wenn wir das nicht hätten, dann wären wir nicht erfolgreich. Also wenn wir nicht Leute hätten, die uns 2019, was glaube ich, darauf aufmerksam gemacht haben, dass es eine echte Scheißidee ist, kein Dachmarkenkanal auf Funk, Funk auf Instagram zu haben, dann ehrlich, hätten wir den heute nicht. Weil wir entschieden haben damals, dass wir das nicht brauchen, weil wir eine Formatmarkenstrategie haben. Das Ding hat heute wirklich unsere ganze Marke geprägt für eine ganze Generation, sage ich mal, und eine wahnsinnige Reichweite aufgebaut. Das wäre ein Fehler gewesen. Das heißt, diese Reibung nach außen ist wichtig und für mich ist genauso wichtig die Reibung bei uns im Team und vor allen Dingen eine Kultur, die das aushält und in der wir auch uns gegenseitig mal kritisieren können und danach halt miteinander lachen. So, ja, das ist wirklich, das ist das eigentlich mein größtes Learning. Vielen Dank, Christine Blum, Philipp Schild, die beiden Programmgeschäftsführer des gemeinsamen ARD-ZDF-Jungen-Angebots. Das geht mir immer noch ein bisschen schwer über Lippen, aber das war so damals der Arbeitstitel Junges Angebot, als der Name Funk noch nicht da war. Aber man muss vielleicht dem einen oder anderen doch noch erklären, bei aller Bekanntheit, was Funk ist. Das habt ihr getan zum 8. Geburtstag. Herzliche Glückwünsche nachträglich und wir sind gespannt, wie es weitergeht mit euch. Dankeschön. Vielen Dank, Jörg. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020